So, das ist jetzt tatsächlich die Choice Line hier bei Alamo und wir haben ihn gewählt. Einen. Papa, was haben wir? Warte mal, erstmal Flugzeug filmen. Also was haben wir? Einen Dodge. Ja, Dodge Journey. Machen wir nochmal zu. Wegen Kratzer und so. Alles mal durchfilmen. Egal, aber das ist auch Söggren. Ja, ja, mach zu. Das ist ein Nagel neu, ja? Ja. Aha. Ja. Also der hat keine Kratzer. Was machst denn jetzt? Mal noch eine Großaufnahme. Jeden Buchstaben einzeln. Genau. Jetzt geht's los. Also auf geht's.